Also wir zwei kochen und der Patrowski muss das essen. Ja, ich fahr eh schon vom Fleisch. Das ist ja ganz eine einfache Kost und seinerzeit hat es halt viel mehr einfache, sagen wir es gleich, arme Leute gegeben, die mit sowas schon zufrieden waren. Schmalz gehört ja nur eine, das lassen wir zu Hause werden und wenn Sie so nett sind, Frau Dobisch, und ein... Machen wir. Danke. Kraut und Speck zu einem warmen Krautsalat fabrizieren. Ich tu Ihnen da ein bisschen Salz rein, das hat meine Großmutter auch übergemacht. Ein bisschen Öl brauche ich dann auch noch. Öl und Essig, jawohl. Ja, schaffen Sie mir nur was an. Ja. So, Zwiebel ist das nächste. Jetzt warten wir, bis der Zwiebel braun wird, weil wenn in einem Essen keine kostbaren Sachen drin sind, dann muss der Geschmack die Rolle übernehmen. Und ein brauner Zwiebel ist halt allweil was Geschmackiges. Wenn er schön braun ist, der Zwiebel, dann tun wir die Erdäpfel dazu. Ja und danach die Nudeln, die Nudeln sind übrig geblieben. Also bei mir war es meistens so vom Vortag, Salz, räumt sich aufs Schmalz, das tun wir dazu. Pfeffer. Wer es mag, kann auch einen Knoblauch dazu geben zum Grenadiermarsch. So, der Speck schaut auch ganz schön aus. So, und das gehen wir jetzt auch drauf. Und wenn das jetzt nicht gut ist, dann weiß ich... Dann probieren wir es, die Kost von seiner Zeit. Fertig? Alles fertig schon. Ja, ja. Das muss man kosten. Ich meine, das hat natürlich 10.000 Kalorien. Mein Krautsalat müssen Sie auch kosten. Himmelswald. Das hat für dich geklärt. Ja, der Kost hat. Das ist klar. Wenn ich muss, dann muss ich mal stecken. Ja.